Okay, vielleicht Fortnite heute mit Max und Dave. Kevin Teller, mein guter Freund. Oh mein Gott, das klingt so, als hättest du gute Nachrichten. Oh, ich hab schrecklich gute Nachrichten, die mit einer kleinen Bedingung kommen. Oh, okay, mit welcher denn? Ich bin ja nach wie vor im Dreh von BHDL. Ja. Und wir haben hier ein Produkt, für das ich den besten Tester Deutschlands brauche. Und zwar folgendes. Okay. Ein libido steigerndes Medikament auf natürlicher Basis, dass du... Digga, du willst das nicht, wenn ich ein Video wie Agrar nehme, Bro? Ja, sowas, so type. Auf natürlicher Basis ist es libido steigern. Das macht dich nicht jetzt instant hart, so, ne? Aber ich brauch den besten Fickmann, den ich kenne. Bro, das Ding ist, ich bin sowieso schon immer horny. Ich weiß nicht, ob das smart ist. Okay, aber das ist gut. Dann wissen wir, ob das vielleicht das nochmal steigert. Ja, okay, ja, Deal. Also, wie...